In der westlichen Kultur lernen wir im Allgemeinen, dass wir Glück nur erlangen, wenn die Außenwelt sich unseren Wünschen gemäß verändert. Doch diese Strategie geht nur selten auf. Für Gnügen und Schmerz, Gewinn und Verlust, Lob und Tadel treten in unserem Leben gemeinsam auf, wie sehr wir auch darum kämpfen mögen, nur Freude, Gewinn und Lob zu genießen. Die buddhistische Psychologie weist uns einen anderen Weg zum Glück. Sie lehrt, dass es auf den Zustand unseres Geistes ankommt. Wie wir das Leben erfahren, hängt in erster Linie von den Geisteszuständen ab, die wir hervorbringen. Wenn Sie ein Fußballmatch der Schule verfolgen und Ihre Tochter steht nervös im Tor, werden Sie jeder Wendung des Spiels mit Sorge, Anteilnahme und Erregung folgen. Warten Sie aber als Taxifahrer darauf, dass das Spiel endlich aufhört, weil Sie eine der Jugendlichen nach Hause fahren müssen, so werden Sie das Spiel eher desinteressiert beobachten. Sind Sie der Schiedsrichter, ist Ihr Blick auf das Spiel nochmals ein anderer. Genau dasselbe gilt für jede andere Tätigkeit, ob Sie nun Beethoven hören, Unkraut jäten, einen Woody Allen-Film ansehen oder Mexico City besuchen. Das reine Gewahrsein wird durch unsere Gedanken, Emotionen und Erwartungen gefärbt. Wenn man Laute spielt, so lehrt der Buddha, wird der Klang von den Eigenschaften des hölzernen Instruments, der Schwingung der Saiten und den Bemühungen des Musikers erzeugt. Auf dieselbe Weise entstehen die Momente der Erfahrung und des Bewusstseins und vergehen wieder, sobald sie entstanden sind. Wenn das Bewusstsein bedingt ist und eine Färbung aufweist, kehrt sich sein Teilchenaspekt hervor. Es entsteht und vergeht und nimmt dabei die Qualität dessen an, was darin aufscheint. Es fühlt sich an wie eine Abfolge von klar unterscheidbaren Augenblicken, von denen jeder aus den aktuellen Umständen entsteht, die auf Geist- oder Sinnesebene vorherrschen. Wie bei Licht oder Klang kann auch das Bewusstsein, wenn es sich als klar unterscheidbarer einzelner Moment zeigt, beobachtet werden. Achan Chah lehrte uns, dass diese Momente verändert werden können. Hier ist das vierte Prinzip der buddhistischen Psychologie. Erkenne die geistigen Zustände, welche das Bewusstsein füllen. Wandele Unheilsame in Heilsame um. Um uns die augenblickshaften Färbungen des Bewusstseins nahe zu bringen, teilt die buddhistische Psychologie diese in drei Kategorien ein. Diese drei umfassen also die Gesamtheit unserer menschlichen Erfahrungen. Der erste Teil beschreibt sämtliche Erfahrungen, die wir durch die Tore unserer Sinne machen. Diese Aufzählung ist noch relativ kurz, weil unsere Sinneserfahrungen nur sechs an der Zahl sind. Das, was man sehen, hören, schmecken, riechen oder tasten bzw. auf körperlicher Ebene empfinden kann, sowie die Objekte unseres Geistes, also Gedanken und Gefühle. Wir sollten uns merken, dass im buddhistischen System der Geist als sechstes Sinnes-Tor gilt, das Gedanken, Gefühle und Intuitionen wahrnimmt, wie das Auge Sichtbares und das Uhr Hörbares wahrnimmt. In Teil 2 geht es dann um die einzelnen Bewusstseinsmomente, die sich im Zuge der Sinneserfahrung einstellen. Ein eben Verstorbener zum Beispiel empfängt durchaus noch Sinneseindrücke wie das Sonnenlicht bzw. eine frische Brise auf der Haut, doch es gibt kein Bewusstsein mehr, das diese Erfahrung registrieren könnte. Damit wir eine Erfahrung machen können, muss am Sinnes-Tor ein Bewusstseinsmoment entstehen. Diese sechs Formen des Bewusstseins sind unterscheidbare Momente des Erkennens, die man Augenbewusstsein, Ohrbewusstsein, Zungenbewusstsein, Nasenbewusstsein, Körperbewusstsein und Geistbewusstsein nennt. Mit den sechs Sinnen und ihren einzelnen Bewusstseinsmomenten erzeugen wir unsere Wirklichkeit wie ein Künstler, der jede Kombination der Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett nutzen kann, um ein Bild zu schaffen. Der Buddha erklärt, Bönche, habt ihr je ein Meisterwerk der Malerei betrachtet? Dieses Meisterwerk wird vom Geist zusammen mit den Sinnen geschaffen. In Wahrheit, ihr Mönche, ist der Geist kreativer und schöpferischer als jeder Maler. Er ist der Ursprung aller menschlichen Kreativität. Als ich von dem birmanischen Meister Mahasi Sayadav Meditationsunterricht erhielt, sagte er mir, ich solle so langsam wie möglich werden, um jeden einzelnen Moment, der in meinem Bewusstsein entsteht und vergeht, mit größtmöglicher Klarheit wahrzunehmen. Im Speisesaal des Klosters brachte jede Sekunde neue Ansichten, Geräusche, Gerüche und Gedanken mit sich. Wenn ich mich setzte, um Reis mit Fishcurry zu essen, spürte ich, wie meine Robe über meine Haut strich, hörte die Stimmen der Besucher und fühlte und roch den Schweiß auf meiner Haut. Wenn ich achtsam die Hand hob, um eine Mango aufzunehmen und zu kauen, wurde mir der Hintergrundkommentar aus Gedanken und Gefühlen in meinem Kopf bewusst. Anfangs verschmolz all dies zu einer einzigen Erfahrung. Doch nach Monaten des Achtsamkeitstrainings wurde meine Wahrnehmung mikroskopisch genau. Innerhalb weniger Minuten entstanden tausende von Bewusstseinsmomenten. Geräusche und Ohrbewusstsein, sichtbare Objekte und Augenbewusstsein, Schmeckbare Dinge und Zungenbewusstsein, alles kam zusammen wie die Farbtupfer in einem impressionistischen Bild oder die Lichtpunkte auf einem Fernsehschirm. So entstand meine Erfahrung des Mittagessens. Auch jetzt, während Sie da sitzen und hören, können Sie diese sechs Eindrücke und Ihre Bewusstseinsmomente wahrnehmen, die schnell entstehen und vergehen und wie die Einzelbilder eines Films scheinbar verschmelzen, um so die Illusion einer ununterbrochenen Erfahrung zu schaffen. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. Sehen Sie auf. Achten Sie darauf, wie die Inhalte dieses Hörbuchs aus Ihrem Bewusstsein verschwinden und vom Anblick der Dinge vor Ihnen verdrängt werden. Kehren Sie wieder zu diesem Hörbuch zurück, um nach kurzer Zeit Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Körperempfindungen zu lenken. Wie sitzen Sie? Wie liegen Ihre Füße auf? Ist Ihnen warm oder kalt? Spüren Sie ein Kribbeln, eine Anspannung, eine Schwingung? Achten Sie darauf, wie die Inhalte dieses Hörbuches in Ihrem Bewusstsein zurücktreten, während Sie dies tun. Sinneseindrücke und Sinnesbewusstseinsformen sind die ersten beiden Schritte in der Erschaffung unserer Welt. Um das Bild von unserer Welt zu vervollständigen, treten wir doch noch einmal einen Schritt zurück. Vergegenwärtigen wir uns erneut die Frau, die ihrer Tochter beim Fußballspielen zusieht. Sie beobachtet das Spiel und hört die Geräusche. Augen- und Ohrbewusstsein sind also aktiv. Darüber hinaus ist sie aufgeregt. Sie macht sich Sorgen, ist stolz, fühlt mit ihrer Tochter mit. Ihre Sinneserfahrung wird also von vielerlei Geisteszuständen gefärbt. Diese Geisteszustände sind der dritte Aspekt menschlicher Erfahrung, denn sie verleihen dem Bewusstsein seine Färbung. Jede Sinneserfahrung und der mit ihr verbundene Bewusstseinsmoment löst im Geist bestimmte Qualitäten aus, wie Sorge, Stolz oder Aufregung. Diese Qualitäten entstehen zwischen den Sinnen und dem Bewusstsein. Sie verleihen einer Erfahrung ihre ganz bestimmte Färbung. Daher sind es auch die Geisteszustände, die darüber entscheiden, ob wir Glück erfahren. In der buddhistischen Psychologie ist der Begriff der geistigen Gesundheit nicht schwer zu fassen. Heilsame Geisteszustände schaffen einen gesunden Geist. Unheilsame Geisteszustände erzeugen geistige Belastung, Unglück und alle mentalen Erkrankungen. Hier besteht also ein enormer Unterschied zur westlichen Psychologie, die sich mehr auf die Inhalte des Bewusstseins konzentriert, also darauf, was wir denken. Natürlich hat auch dieser Ansatz eine Menge kreativer, therapeutischer Wege hervorgebracht, doch meist gelingt es uns nicht damit, dem nie endenden Strom von Gedanken und Gefühlen ein Ende zu setzen. Hier bietet die buddhistische Psychologie einen Ausweg. Wir treten voller Achtsamkeit einen Schritt zurück, um das Spiel der Geisteszustände selbst zu beobachten und lernen dann, alles loszulassen, was uns belastet, und das zu stärken, was uns Freude schenkt. Gehen wir also zurück zu unserer Liste der 52 Geistesfaktoren. Man teilt sie in drei verschiedene Gruppen ein. Zunächst einmal sind da die 13 allgemeinen und universellen Qualitäten, die jeder die meiste Zeit erfährt. Dazu gehören beispielsweise Stabilität, Lebenskraft, Erinnerung, Stimmung, angenehm oder unangenehm, Willen und Wiedererkennen. Diese sind sozusagen das grundlegende Betriebssystem des Geistes. Wenn wir erst einmal erkennen, wie diese Geisteszustände entstehen, begreifen wir, dass der Geist ständig einem regelrechten Kreuzfeuer an Informationen ausgesetzt ist und wie er damit umgeht. Im nächsten Schritt wenden wir unserer Aufmerksamkeit jenen Faktoren zu, die sich durch Übung beeinflussen lassen. Diese unterteilt man in heilsame und unheilsame Geisteszustände. Die unheilsamen Geisteszustände entstehen aus drei Wurzeln. Anhaftung, Abneigung und Illusion. Aus diesen gehen dann Zustände hervor wie Neid, Sturheit, Angst, Dumpfheit, Schamlosigkeit, Selbstbezogenheit, Zweifel, Erregung und fehlerhafte Wahrnehmung, die wir alle von Zeit zu Zeit erfahren. Je stärker sie sind, desto mehr leiden wir. Im schlimmsten Fall münden sie in das, was die westliche Psychologie als Krankheit definiert. Anhaftung und Gier werden zur Sucht, Sorge zur Paranoia, Schamlosigkeit nimmt soziopathische Züge an, Abneigung wird zu Hass und Zorn, Krieg, Gewalt, Rassismus, Ausbeutung und Ungerechtigkeit sind Frucht einer solchen Geisteshaltung. Auch die heilsamen Faktoren haben drei Wurzeln. Liebe, Großzügigkeit und Achtsamkeit. Aus diesen entstehen Zustände wie Klarheit, Gelassenheit, Einsicht, Freude, Anpassungsfähigkeit, Vertrauen, Besonnenheit und Ausgeglichenheit. Jeder dieser Geisteszustände führt zu einem glücklichen, ungebundenen Geist. Sie entspringen einer Haltung achtsamer Aufmerksamkeit. Wie Sonnenlicht den Nebel auflöst, so sorgt die Präsenz dieser heilsamen Geisteszustände für das Vergehen der Unheilsamen. Fast alle buddhistischen Methoden sind darauf ausgelegt, dass unheilsame Geisteszustände aufgegeben und heilsamer angenommen werden. Die Einteilung geistiger Qualitäten in heilsame und unheilsame Formen hilft uns, die Ursachen für Glück und Leiden klar zu erkennen. Dahinter steht eine wichtige psychologische Erkenntnis. Heilsame und unheilsame Geisteszustände schließen sich wechselseitig aus. Wenn heilsame Faktoren da sind, haben unheilsame keinen Raum mehr. Wenn wir uns also auf die Erzeugung heilsamer Geisteszustände konzentrieren, verschwinden die Unheilsamen von selbst. Wenn wir mit unseren Geisteszuständen arbeiten wollen, müssen wir zuerst einmal verstehen, wie schnell diese sich ändern können. Häufig verschwinden sie sogar, ohne dass wir sie überhaupt erst zur Kenntnis genommen haben. Da wir uns unseres Innenlebens so wenig bewusst sind, haben wir den Eindruck, äußere Einflüsse würden unser Leben kontrollieren. Entweder gefällt uns, was wir erleben, oder wir finden es ganz schrecklich. Dieser Zustand schlägt dauernd um, sodass wir ständig in Anhaftung oder Abneigung befangen sind. Wenn wir uns in Achtsamkeit üben, lernen wir, unserer eigenen Geisteszustände gewahr zu werden, ohne uns in ihnen zu verstricken. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion ist der Schlüssel zur buddhistischen Psychologie. Auf seine eigene rhetorische Frage, wie aber kann ein Praktizierender im Geist seiner Geisteszustände gewahr werden, antwortet der Buddha, der Praktizierende wird gewahr, wenn der Geist angespannt ist und wenn der Geist entspannt ist. Der Praktizierende wird gewahr, wenn im Geist Hass auftaucht und wenn im Geist Liebe auftaucht. Der Praktizierende wird gewahr, wenn im Geist Sorge aufscheint und wenn im Geist Gelassenheit aufscheint. Wenn wir den Blick auf unseren eigenen Geist richten, werden wir uns der vorherrschenden Geisteszustände bewusst, so wie wir das Wetter bemerken, so wie ein Sturm unweigerlich Regen, Wind und Kälte mit sich bringt, so werden wir gewahr, dass an schlechten Tagen ein negativer Gedanke den anderen nach sich zieht. Wir nehmen Furcht, Wut, Sorge, Zweifel, Neid, Groll oder Aufregung zur Kenntnis. Wir bemerken, wie oft sich diese Zustände bemerkbar machen und wie sehr wir an der von ihnen vermittelten Sicht der Dinge kleben. Andererseits nehmen wir natürlich auch wahr, wie es sich anfühlt, wenn unser Herz frei und offen ist. Wir machen uns bewusst, wie Liebe, Großzügigkeit, Anpassungsfähigkeit, Gelassenheit und Einfachheit ganz natürlich im Bewusstsein entstehen. Es ist besonders wichtig, dass wir diese Geisteszustände registrieren. Sie schenken uns das nötige Vertrauen in unsere grundlegende Güte, unsere eigene Buddha-Natur. Wenn wir lernen, unserer geistigen Zustände gewahr zu werden, sehen wir auch, dass es sich dabei um fest verwurzelte Gewohnheiten handelt. Die moderne Neurowissenschaft hat entdeckt, dass unsere früheren Reaktionen auf der Oberfläche der Gehirnzellen gleichsam eingraviert sind, dass sie Neuronenpfade bilden, wodurch eine neuerliche, gleichartige Reaktion wahrscheinlicher wird. Wenn wir genau aufpassen, merken wir, wie schnell unsere Reaktion auf die Erfahrung eines Augenblicks mitunter erfolgt. Meist ist es ein Schock, wenn wir feststellen, wie gewohnheitsmäßig und wenig individuell unsere Reaktionen ablaufen. Haben wir dies erst erkannt, wird uns auch klar, dass nur Achtsamkeit uns die Möglichkeit gibt, eine heilsamere Variante zu wählen. Achant Scha lehrte, wenn du Weisheit besitzt, dann ist der Kontakt mit der Erfahrung, als stündest du unter einem Mangobaum mit reifen Früchten. Wir müssen zwischen den guten und den bereits verrotteten Mangos auswählen. Natürlich ist es wichtig, denn so lernen wir, welche Früchte uns krank machen und welche uns gut tun. Achtsamkeitstraining heißt, dass wir klar erkennen, welche Früchte für uns gut sind und welche nicht. Wir behandeln angenehme und unangenehme Erfahrungen mit Achtsamkeit und lernen, dass sie uns zu einer heilsamen Reaktion verhilft. Achtsamkeit ist die Königin aller heilsamen Geisteszustände. Mit ihrer Hilfe erkennen wir, welche Geisteszustände präsent sind. Gleichzeitig schafft sie die Grundlagen für unsere natürliche Rechtschaffenheit, für Liebe, Großzügigkeit und Einfachheit. Wenn wir uns unserer geistigen Zustände bewusst sind, haben wir die Wahl, ob wir im Frieden leben oder in den Krieg ziehen wollen, ob wir im Gefängnis unserer negativen Geisteszustände leben oder diese loslassen und die Freiheit genießen wollen. Wir können die Lehmkruste abschlagen und unser inneres Gold zum Vorschein bringen. Suchen Sie sich einen Tag aus, an dem Sie Probleme haben, um, wie ein Wissenschaftler, Ihre Geisteszustände zu untersuchen, ohne Wertung, ohne Widerstand. Gewöhnlich treten mehrere unheilsame Zustände zusammen auf, wie zum Beispiel Sorgen, Aufregung, Ärger, aber auch Verwirrung, Anhaftung, Ruhelosigkeit oder fehlerhafte Wahrnehmungen. Fassen Sie den festen Entschluss an diesem Tag an drei verschiedenen Punkten, die Sie selbst als schwierig einstufen, Ihre Geisteszustände achtsam wahrzunehmen und sie im Bewusstsein zu verfolgen. Verurteilen Sie nicht. Registrieren Sie einfach, was da ist. Welche Intensität dieser Geisteszustand aufweist, wie lang er dauert und wie sehr Sie sich in ihn verstricken. Wenn es Ihnen hilft, können Sie sich Notizen machen. Wiederholen Sie diese Übung an zwei weiteren Tagen. Nach drei Tagen spüren Sie nach, welche Auswirkungen dieses Registrieren schwieriger Geisteszustände hat. Wenn Ihnen diese Übung heute Einsichten gebracht oder sich der Würgegriff der unheilsamen Zustände ein wenig gelockert hat, behalten Sie diese Praxis bei. Wählen Sie als nächstes einen Tag, an dem Sie besonders positiv gestimmt sind. Welche heilsamen Geisteszustände zeigen sich an diesem Tag? Das können beispielsweise sein Ausgeglichenheit, Klarheit, Anpassungsfähigkeit, Freundlichkeit, Liebe, Weisheit, Vertrauen oder Freude. Welche Zustände herrschen vor? Welche Intensität haben Sie? Wie lange dauern Sie? Wollen Sie daran festhalten? Wenn nötig, machen Sie sich Notizen. Wiederholen Sie die Übung an zwei weiteren Tagen. Nach drei Tagen überprüfen Sie, ob die achtsame Überprüfung Ihrer positiven Geisteszustände irgendeine Wirkung hervorgebracht hat. Führen Sie sich vor Augen, dass Sie sich diese heilsamen Zustände bewusst machen und Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit unterstützen können. Jetzt, wo Sie wissen, wie das geht, fahren Sie mit dieser Praxis fort. 16. Azeiu-Geluan? ��x-Geluan? or. ut